Die Aufbauungshalle Die Aufbauungshalle Hallo und herzlich willkommen bei Begraben und Bestatten. Heute nehme ich dich an den einen Ort mit, um den es bei einem Begräbnis eigentlich geht. Nämlich in die Aufbauungshalle. An Tagen wie diesen, an denen es regnet oder furchtbar kalt draußen ist, weil es ja noch Winter ist, ist es der perfekte Ort, an dem Menschen Platz nehmen können, um eben der Trauerfeier beizuwohnen. Damit ist eine Aufbauungshalle kein böser oder garstiger Ort. Es ist nur der Ort, an dem wir uns auf einem Friedhof definitiv nicht wohlfühlen wollen. Ein Begräbnis ist auch immer wie ein kleines Event. Und ein Event braucht Zeitmanagement. Wann man also auf einen Friedhof kommt, ist nicht egal. Vor allem dann, wenn dieser Tag wirklich für einen selbst, die anderen und den, um den es da an diesem Tag geht, auch wirklich etwas werden soll. Bist du zum Beispiel der Auftraggeber, sollte der erste Weg auf den Friedhof dich hierher führen. An einem Pult wie diesem wird er oder sie auf dich warten. Der Arrangeur dieser Halle oder der Inhaber des Bestattungsinstitutes, dem du dein Vertrauen geschenkt hast. Oder ganz einfach ein Mitarbeiter von ihm oder ihr. Gemeinsam werdet ihr noch einmal den Ablauf des Begräbnisses besprechen. Darüber reden, wie zum Beispiel die Dekoration gelungen ist. Ob noch irgendetwas fehlt oder vielleicht noch ein Kranz hinzubestellt worden ist, der innerhalb der nächsten halben, dreiviertel Stunde noch kommen wird. Es können auch gewisse neue Prämissen auftreten, wie beispielsweise, dass irgendjemand anderer als Priester oder Grabredner ebenfalls ein paar Worte wird sprechen wollen. Darüber sollte der Arrangeur von dir auf jeden Fall informiert werden. Vielleicht ist es ja auch ein Familienmitglied, wie die kleine Enkeltochter, die noch etwas vorlesen möchte, ein Gedicht vortragen oder auf ihrer Flöte spielen. Wenn du also der Auftraggeber des Begräbnisses bist, sei so gut und sei bitte mindestens eine halbe bis dreiviertel Stunde vor Beginn des Begräbnisses am Friedhof anwesend. Wenn du auch selbst noch ein wenig Ruhe haben möchtest, hier in dieser Halle selber ankommen möchtest, um Platz zu nehmen und auch ganz persönlich deinen Abschied von ihm oder ihr zu nehmen, sei vielleicht sogar noch ein wenig früher hier. Mein heißer Tipp, nicht mehr als 60 Minuten, denn je nach Region, je nach Friedhof und je nach Halle ist die Bestattung mitunter bis 60 Minuten vor Beginn des Begräbnisses noch dabei, diese Halle hier für dich und euch herzurichten. Lass sie bitte dabei in Ruhe, denn mitunter haben sie es da sogar noch recht eilig, um noch kleine Wunder zu werden. Wenn du aber eben zum Beispiel Gast dieses Begräbnisses bist, überlege dir bitte, wie viel Zeit du für alles brauchst. Zeit, um selbst hier anzukommen, am Friedhof, in der Halle und von ihm oder ihr mit dem ersten Blick Kontakt Abschied zu nehmen. Überlege dir aber auch, wie viele Personen werden denn zu diesem Begräbnis kommen? Wie viel Zeit hast du hier, um sie vielleicht in Ruhe und Stille zu verbringen und wie viel Zeit benötigst du, um vielleicht auch mal allen wieder Hallo zu sagen? Tja, Begräbnisse führen Menschen zusammen. Mitunter auch Familien, die sich nicht bloß durch Corona, sondern eben auch durch familiäre Umstände schon lange nicht mehr gesehen haben. Vielleicht wollt ihr miteinander plaudern, miteinander reden, über die gute eute Zeit, mit ihm oder ihr. Nehmt euch auch dafür Zeit. Also sei als Gast nicht unbedingt derjenige, der erst zehn Minuten, bevor es losgeht, auf den Friedhof kommt und erwarte dann, dass du alle Hände schütteln kannst, vor allem alle Hände derer, die hier hervorne in der ersten Reihe sitzen werden. Denn mitunter kann es durchwegs passieren, dass eine Aufbahrungshalle so klein wie diese ist und in Nicht-Corona-Zeiten sich 50 bis 70 Leute hier auf diesem Friedhof mitunter drängen. Stell dir vor, du versuchst dann noch fünf oder zehn vor Punkt hier hereinzukommen, wenn schon alle längst ihren Platz eingenommen haben und hier herinnen stehen, um der Familie in der ersten Reihe, genauso wie alle anderen, zu kondolieren. Mitunter passiert es dann sogar, dass schon der Priester oder der Redner neben dir steht, um hier nach vor vor den Sarg zu treten und mit der Zeremonie zu beginnen. Auch das gehört zum, sagen wir mal, guten Benehmen eines guten Trauergastes, dass er weiß, wann er da sein soll. Mein heißer Tipp, spätestens abhalb solltest du hier sein. Sagen wir aber, dass du ebenfalls etwas zu diesem Begräbnis beitragen möchtest, zum Beispiel einen eigenen Kranz oder ein eigenes Gesteck. Bitte sei dann genauso rechtzeitig da wie die Familie. Denn in dem Moment, wo die Familie dem Arrangeur dieser Halle sagt, ja, es gefällt mir, wie hier alles hergerichtet ist, wird er seine Arbeit abschließen, diese Halle dem Publikum sozusagen freigeben und du würdest dann mit deinem Kranz wirklich nur der Letzte sein, der vielleicht irgendwo außen ins Eck gestellt werden würde. Wenn es aber nämlich der Kranz ist, der ein ganz besonderes Meisterwerk darstellt oder einen ganz persönlichen Bezug zu dem oder der Verstorbenen hat, sollte er eigentlich mehr hier her vorne in der Mitte stehen. Bitte bring ihn also rechtzeitig auf den Friedhof und sprich dich mit dem Arrangeur und vor allem der Familie ab. Es ist nicht bloß ein Akt der Höflichkeit, sondern mitunter auch eine logistische Notwendigkeit. Bedenke, dass in diversen Gemeinden diese Aufbahrungshalle öfters an einem Tag genutzt werden muss und natürlich ein jeder ein möglichst schön für ihn oder sie arrangiertes Begräbnis erleben möchte. Es kann dann durchweg sein, dass hier zum Beispiel die Tumba umdekoriert werden muss weil hier herüben auf der Aufbahrungsstele der Urne zum Beispiel dann nicht so arg, sondern Urne stehen würde und die Verabschiedung natürlich auch die gesamten Sesselreihen umdekoriert bekommen muss. Nimm also auch bitte Rücksicht darauf, dass auch das Bestattungsinstitut eine gewisse Zeit hier in dieser Halle benötigt, um sie für die kommenden Gäste wieder optimal herzurichten. Und du siehst es schon allein an meinen Fußtritten, die ich hier während meiner Moderation hinterlassen habe. Auch die müssen nach einem Begräbnis für die nächsten wieder weggemacht werden. Bedenke bitte, dass du es an diesem Tag mit Profis zu tun hast, die dir nicht bloß ihre Dienstleistung verkauft haben, sondern wirklich ihre Hilfe anbieten. Lass dir helfen. Das heißt, trau dich auch ruhig, Fragen zu stellen. Frag sie, ob sie nicht einen Tipp für dich haben, wann man welches Musikstück an welcher Stelle am besten dann spielen könnte oder wann man den oder diejenige, die vielleicht auch etwas zum Begräbnis beitragen möchte, einbauen könnte. Lass dir helfen. Ich weiß, es ist an diesem Tag furchtbar schwer, weil man sich eigentlich mit seinen Gefühlen vielleicht verkriechen oder verstecken möchte. Aber Hilfe, das ist etwas, das man dir hier an diesem Tag versucht, von Herzen zu geben und zu schenken. Denn alles andere ist schon längst organisiert, geplant und erledigt. Ein Begräbnis aber zu einem Schönen zu machen, das ist ein ganz persönliches Anliegen. Und mach es daher auch zu deinem. Denn du wirst diesen Tag erinnern, gemeinsam mit allen anderen, die du dazu eingeladen hast. Mach ihn für dich, mach ihn für euch zu einem Schönen. Und mach dich daher zu einem emanzipierten Kunden im Thema Begraben und Bestatten. Denn wir alle wissen nicht, wann unsere Zeit abläuft. Außer, dass sie wie eben während eines Begräbnisses schon längst zu ticken begonnen hat. Also, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wie immer, mach Makao Arbeit.